Eine der obligatorischen Übungen bei jeder Prüfung und auch beim Tierarzt ist die Chipkontrolle und die Gebisskontrolle. Man sollte sich vorher informieren, wo ist denn der Chip meines Hundes. In der Regel ist er an der linken Haltseite, aber genau steht es nochmal im Impfausweis, auf welcher Seite der Chip zu finden ist. Man übt einfach mit dem Hund, indem man mit einem Gegenstand, der eventuell piept, an die linke Seite des Hundes geht und schon hat man die Chipnummer und kann sie ablesen in der Prüfung. Also vorher informieren, wo ist der Chip. Das zweite ist die Gebisskontrolle, die man durchführen muss. Ich mache das mit dem Kommando Zähne, Zähne. Und kann dann den Fang mit zwei Fingern öffnen und kann links und rechts schauen, ohne großartigen Druck. Und fertig ist sowas fein.